... unterhalten. Schöne Schupferl auf Suleimanov, die Chance zu einem Tor. Der macht das schön! Wer hätte das gedacht? Toms nicht aufgepasst da hinten. 2 zu 1 in der 26. Minute durch Suleimanov. Naja, für uns wird's spannend. Daheim konnten die Aserbaidschanis kein Tor erzielen. Und hier noch einmal schön unter Wohlfahrt durchgespielt. Suleimanov, der Mann mit der Nummer 11. Hier noch einmal aus der Torkamera Perspektive. Er hat irrsinnig viel Zeit. Wo war die Abwehr? Ist ein Linker, aber er schiebt ihn mit dem rechten Fuß unter Wohlfahrt. Zum Anschluss.